hallo schön dass ihr eingeschaltet habt ich bin björn ich bin team manager in der bezirkshandlung in essen wir vom team essen freuen uns dass sie auf unserem youtube-kanal wieder dabei seid und wir wünschen euch viel spaß mit dem nächsten video ja bei diesem video haben wir quasi für euch die eidgenossen behandelt unsere eidgenossen kennt ihr in verschiedenen größen mit schütte mit großer schütte mit kleiner schütte die helfen euch lebensmittel modden zu vermeiden halten eure trocken vorräte länger frisch übersichtlich mit dem entsprechenden fenster man kann immer jederzeit sehen was da drin sehen auch toll aus mit den schwarzen deckeln egal ob sie im schrank aufbewahrt werden oder im regal ist es immer ein hingucker finde ich wenn halt ein schönes großes regal voll mit eidgenossen in der küche steht wo man dann halt mal eben so zack 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 das was man eben halt zum kochen backen was auch immer so braucht direkt rausnehmen kann und wir haben eine spezielle sorte eidgenossen die eidgenossen plus und die hat uns unser team manager klaus-dieter hartmann mitgebracht die möchte euch jetzt gerne vorstellen viel spaß dabei hallo zusammen und herzlich willkommen ich habe euch heute mal unsere eidgenossen plus mitgebracht die eidgenossen plus sind die vorratsbehälter ideale ergänzungen zu unseren eidgenossen das schöne ist so stehen sie im schrank ich kann so rausziehen und dann einfach gegenüber lasche hoch und schon springt der deckel automatisch hoch so stehen sie im schrank ziehe sie raus und der deckel springt wunderbar hoch so kann ich hervorragend alles ausgießen was ich möchte kann aber natürlich auch hier mit dem esslöffel rein oder mit messbecher rein gar kein thema ich habe hier eine durchsichtige variante so dass ich auch sehen was an vorrat habe ich dann drin in den behälter ich habe unterschiedliche größen von der 330 ml über die 1 liter und über die 1,6 und sie sind auch hervorragend stapelbar denn ich kann sie einfach übereinander stapeln erst ein bisschen ein und ihr seht dann wird das ganze eine einheit und ich kann selbst unsere eidgenossen die mit den zwei deckeln oder öffnungen kann ich hervorragend nehmen und auch da drauf sitzen und ihr seht das ganze bildet eine einheit ob ich meine vorratshaltung rein packe die körner ja den reis den verschiedenen reis den basmati reis normalen reis was ihr möchtet in unserer vorratshaltung ideal einsetzbar unsere eidgenossen plus für euch ja danke lieber klaus für diese eindrucksvolle vorstellung unsere eidgenossen plus unsere eidgenossen und viele andere tolle produkte findet ihr in dem link hier unter dem video das führt euch direkt in unseren webshop von tupperware und wenn ihr fragen habt fragt uns party manager uns team manager wir sind immer gerne für euch da und beantworten gerne eure fragen so wenn ihr den kanal noch nicht abonniert habt dann tut das jetzt bitte gern macht noch einen daumen unter dieses video wenn es euch gefallen hat ansonsten sage ich jetzt erstmal tschüss an dieser stelle und wir sehen uns bestimmt bald wieder in diesem sinne sag ich euch einmal tschüss und wünsche euch noch einen schönen abend euer björn abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Untertitelung des ZDF, 2020